hi ich bin heute bei herrlichem wetter in berlin bei der firma weiter automobiltechnik die setzen poliworks als universelle software lösung ein das finde ich sehr interessant deswegen habe ich mich mit dem leiter der qualitätssicherung in tommy laugtrei verabredet damit er mir die anwendung von poliworks hier in der firma zeigt ja bitte hallo thomas hallo alles klar klar du ich hätte mal ein paar fragen an dich ja gerne bitte walter automobiltechnik ist ein system und entwicklungslieferant für komplexe schweißbaugruppen namhafter hersteller wir liefern hauptrahmen und hinterrahmen an das bmw werk in spandau motorrad und den aggregatorahmen an mini in oxford im jahr 2008 suchten wir nach einer alternativen messmaschine die wir wiederum durch den faro arm gefunden haben dieser hat uns poliworks empfohlen und somit haben wir uns mit dem support zusammengeschlossen und die schulungen erfolgreich in kürzester zeit durchgeführt wir haben handgeführte cnc gesteuerte und neuerdings mit unserem neuen projekt auch roboter geführte messmaschinen die direkt einsatz in der produktion finden das projekt ziel war mit wenig arbeitsleistung zum effektiven und qualitativen messergebnis zu kommen der ausschlaggebende grund war die einfache handhabung der messprogrammierung durch unsere mitarbeiter und die messauswertung die jeder mitarbeiter nachvollziehen kann in den letzten zwölf jahren erfahrungen mit poliworks ist uns der support von duwe 3d am wichtigsten wir haben hiermit schon gemeinsamen messaufgabenstellungen vom kunden erfolgreich umgesetzt die zeit- und kostenersparnisse sind schon meiner als achtens sehr hoch dadurch dass wir drei messmaschinen im einsatz haben und die alle mit poliworks laufen ist die messprogrammierung nur einmal und kann somit auf allen messmaschinen angewendet werden die zukunft der messtechnik sehen wir in den roboter geführten messmaschinen in der fertigung wie die von creaform 3d jedoch entstehen dadurch natürlich große mengen an messdaten die wir wiederum in zukunft besser verwalten wollen und da könnte uns dataloop weiterhelfen ja das system hat unsere geschäftsführung ganz besonders auch angetan weil wir hier natürlich den vorteil haben wir können jeden rahmen zu jeder zeit zurückverfolgen wir haben alle daten vorhanden in unserem system abgespeichert also wie gesagt jeder rahmen ist rückverfolgbar so so Bis zum nächsten Mal.